Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Kaffeeklatsch. Heute bei mir zu Gast ist die Dreckerin Laura Lula. Hallo. Hallo. Bei mir ist zu Gast heute Kacchan und Mahind Rachacan. Hallo. Mahind Rachacan. Ja, richtig. Richtig gesagt. Rang. Engel. Rang. Klee. Tee. See. Rang. Ich freue mich riesig, wenn ich heute die Grafschaft der Nachrichten hier habe. Ich bin der ganze Spieß mal umgedreht. Kommt jetzt eigentlich in den Cutscenes wieder dieses hässliche Piepen. Das Piepen? Das ist viel zu laut. Ist das zu laut? Das ist viel zu laut. Rache. Siehste, genau das meine ich. Was? Das ist viel zu laut. Meinst du das? Fuck, Mann. Wollen wir den bei ihm wohnen? Fuck. Fuck Scheiße. I. D. K. N. M. N. O. P. K. Wollt hin? Ah, auch noch nicht. Wollt hin? Was? HeGA. Wollt hin? Das ist gut. Wollt hin? M. Das ist… Wollt hin? Das ist alles richtig. Wollt hin? Wollt hin? Wir geben uns nicht. Wollt hin? Happy morning. Das ist so schlimm. Jetzt wird er nicht reingestellt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.